Ja, herzlich willkommen bei Experts Global. Mein Name ist Tim Grenawald. Wir sind heute mal wieder in Monaco und in unserem heutigen Video schauen wir uns einmal drei Punkte an, die ich in meiner Praxis als Steuerberatender Rechtsanwalt für auswandernde Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler immer wieder zu hören bekomme. Und wo ich nur sagen kann, die musst du unbedingt beachten, wenn du wirklich rechtssicher, steueroptimiert, vermögensschonend auswandern möchtest. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Ja, es gibt drei Punkte, die mir wirklich nahezu jeden Tag auffallen, weil sie so weit verbreitet sind, dass ich da mal separat in diesem Video drauf eingehen möchte. Und der allererste Punkt ist, dass du nicht versuchen solltest, das internationale Steuerrecht oder auch das Außensteuerrecht Deutschlands oder auch generell das Steuerrecht in Deutschland selber zu verstehen. Wir bekommen selber sehr, sehr viele Anfragen von Menschen, die der Meinung sind, sie haben schon so 90, 95 Prozent ihrer Fragen geklärt und sie wollen jetzt nur noch ein paar Fragen beleuchten. Und da wollen sie also am liebsten einen Steuerberater nach Stunden dafür bezahlen, dass der ihnen mal in so ein, zwei Gesprächen kurz erklärt, was noch so die offenen Punkte sind. Das wird nicht funktionieren. Das erste ist erstmal, ein Steuerberater, der nach Stunden abrechnet, wenn er berät, wenn er Gestaltungsberatung macht, handelt unverantwortlich. Und er signalisiert dadurch ganz eindeutig, dass er keine Ahnung hat von dem, was er tut. Denn er hat damit letztlich ein gegenläufiges Interesse zu dir, weil er nämlich interessiert daran ist, möglichst viele Stunden aufzuschreiben. Das heißt, er wird kein Interesse daran haben, dein Problem zu lösen. Und außerdem zeigt er dadurch, dass er gar nicht einschätzen kann, welches Risiko für dich im Raum steht, weil das Risiko, was für dich im Raum steht, an steuerlichem Risiko, das steht ja für ihn genauso als Haftungsrisiko im Raum. Wenn er sich jetzt darauf einlässt, dass er dir in ein, zwei Stunden irgendeinen Rat gibt, der möglicherweise bei dir einen sechsstelligen, siebenstelligen oder achtstelligen Schaden anrichten kann, dann handelt so jemand unverantwortlich. Denn mit einem Honorar von ein paar hundert oder paar tausend Euro ist das halt nicht getan. Also deswegen arbeiten wir grundsätzlich so, dass wir eben uns die Situation des Klienten immer im Detail anschauen und dann machen wir dem Klienten ein Angebot, was konkret auf die Situation des Klienten angepasst ist. Wir haben da keine Standardvorgaben und wir haben vor allen Dingen keine Abrechnungen nach Stundensätzen, weil wir keine einzelnen Fragen beantworten. Du bist nämlich als Bürger, ich muss es leider klar so sagen, nicht in der Lage, auch nur ansatzweise die richtigen Fragen zu stellen. Wir haben es bei jedem Klienten, der mit Fragen, mit konkreten Fragen zu uns kommt, immer erlebt, dass wir erstmal gesagt haben, Moment, wir müssen uns erstmal die gesamte Situation anschauen. Und dann haben wir festgestellt, dass die Fragen, die er sich am Anfang gestellt hat, vollkommen irrelevant waren, dass es vielmehr auf ganz andere Fragen ankam. Aber die Fragen konnten wir überhaupt erstmal nur entdecken und sehen und erkennen, nachdem wir uns wirklich von A bis Z die gesamte Situation des Klienten angeschaut haben. Der zweite Punkt ist, den du unbedingt berücksichtigen solltest, du solltest das Steuerrecht nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir erleben es gerade so in der Szene der digitalen Nomaden, der in Anführungszeichen Staatenlosen, der Perpetual Traveller eben sehr, sehr häufig, dass gesagt wird, ach, das merkt ja eh keiner. Ja, gerade wenn es um die Besteuerung von Perpetual Travellers geht, das habe ich hier oben noch einmal verlinkt, das Thema ist bei uns mittlerweile ausreichend breit getreten, stellen wir halt fest, ja, viele sagen eben doch, ach, interessiert ja keinen. Der Punkt ist einfach, es interessiert halt so lange keinen, bis es dann doch mal jemand interessiert. Also all die großen Steuerverfahren, die man so mitbekommen hat, ja, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, also Boris Becker, Klaus Zumwinkel, Uli Hoeneß, das sind alles, oder Alfons Schubeck, das sind alles Fälle, wo man sich irgendwann mal gedacht hat, ach, das merkt ja keiner. Das geht mal so einmal gut, das Finanzamt schaut nicht so genau hin, ja, die manipulierte Kasse wird nicht aufgedeckt, der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland wird nicht aufgedeckt oder die Abrechnungen gegenüber deutschen Kunden werden nicht erkannt, ja, wo man eventuell dann doch im Endeffekt, weil man im Ausland keine Betriebsstätte hat, eine Steuerpflicht ausgelöst hat. All diese Themen können gut gehen, gehen auch häufig gut, ja, und wenn wir jetzt nicht über Millionenbeträge reden pro Jahr, gehen sie auch gerne mal mehrere Jahre gut. Aber dann kann es halt eben dazu kommen, dass irgendwann doch mal irgendwas auftaucht, weil erstens das Finanzamt mittlerweile digital über alle Daten verfügt, die es braucht, ja, weil über Kontrollmitteilungen deine Rechnungen, die du an deutsche Kunden schickst, irgendwo zusammenlaufen, ja, wenn die nach ein paar Jahren bei Betriebsprüfungen bei Kunden auftauchen, fragt man sich irgendwann, wer ist denn das, der da abrechnet. Und ich hatte schon Fälle, wo tatsächlich sechsstellige Steuern ausgelöst wurden, weil jemand weggezogen ist, gedacht hat, er konnte es selber, ja, dem Finanzamt in aller Größe, Breite und Tiefe die eigene Sichtweise erklärt hat, die ganzen Details des Sachverhalts erklärt hat, sich widersprochen hat, sodass dann am Ende das Finanzamt sich lediglich noch die Rosinen drauspicken musste und zu Recht eine sechsstellige Steuer festgesetzt hat. Und das sind halt so Fälle, wo man dann hinterher sehr, sehr wenig wieder reparieren kann, ja, weil wenn die Informationen einmal beim Finanzamt da sind und vor allen Dingen, wenn der Finanzbeamte sich einmal eine Meinung gebildet hat, ja, dann wird er von dieser Meinung in der Regel nicht mehr abrücken. Und dann kann man höchstens noch Schadensbegrenzung betreiben, die wird aber nicht besonders groß ausfallen und die wird vor allen Dingen sehr teuer sein, weil sie wesentlich aufwendiger und wesentlich riskanter ist, als es von vornherein richtig zu machen. Ja, also auch deswegen sollte man das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen. Natürlich kann man sagen, okay, wenn jetzt jemand weniger als 5000 Euro im Monat verdient, ist das eine Größenordnung, wo sich höchstwahrscheinlich ein Finanzamt keine große Mühe machen wird. Aber irgendwann ist es dann doch mal so, dass es eben einfach, ja, größer wird, das Business, dass man einfach mehr Kunden hat, mehr Gewinn macht und dann denkt man noch, ach, das hat ja bisher immer funktioniert. Dann kann es ja auch in Zukunft noch funktionieren. Und ich habe viele Klienten, die zu mir kommen und sagen, hey, ich habe Angst, ja, ich habe irgendeine steuerliche Situation ausgelöst, was soll ich machen? Und die dann, wenn das so nach drei Monaten dann irgendwie mal geklärt ist oder auch, wenn es umfangreicher ist, auch mal nach sechs Monaten oder zwölf Monaten, die dann sagen, ach ja, jetzt kann ich wieder so weitermachen. Und die fallen dann wieder zurück in dieses alte Muster und das ist eigentlich das Gefährlichste, was du machen kannst. Weil, wenn du dich mal wirklich entschließt auszuwandern und mal dauerhaft, ja, das Risiko auch in Kauf zu nehmen, dass du eben steueroptimiert arbeitest, dann musst du halt wirklich sicherstellen, dass alles zu 100% wasserdicht ist und zwar über Jahre hinweg. Das heißt, deine gesamte Story muss stringent sein, muss wasserdicht sein. Dem Finanzamt reicht es im Zweifelsfall, dass du eben irgendwo eine Lücke hast, damit sie sich ablaut saufen lassen. Und du kannst dir eins glauben, wenn sie die Lücke finden wollen, werden sie sie finden. Du kannst dich mal eine Sache fragen. Warum verlangt das Finanzamt seit einigen Jahren keine Belege mehr, wenn du eine Steuererklärung abgibst? Weil sie genügend Informationen haben, um nachzuprüfen, ob deine Steuererklärung plausibel ist oder nicht. Und das große Problem ist, wenn du auswanderst, dann bist du in der Beweispflicht, weil du nachweisen musst, dass die Sachverhalte im Ausland tatsächlich so passiert sind, wie du sie behauptest. Also das Finanzamt muss dir dann nicht das Gegenteil nachweisen, sondern im Gegenteil, du musst nachweisen und belegen können, dass du eben dann die Sachverhalte im Ausland verwirklicht hast, die dann dazu führen, dass du in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig bist. Und der dritte Punkt, der auch damit zusammenhängt, ist, dass du versuchen solltest, so viele Backups wie möglich aufzubauen, damit du an keiner Stelle in deinem gesamten System, in deinem gesamten Business, in deinem gesamten Leben eine Sollbruchstelle hast. Ein Single Point of Failure. Das ist einmal das Finanzamt, das sind auch die weiteren Behörden, das sind aber teilweise auch Banken, Kreditkarten, Investments, Lebensmittelpunkte, Wohnungen, Ansässigkeiten und so weiter und so fort. Das sind im Grunde genommen die ganzen Punkte, die du brauchst, um dein Leben, dein Business, deine Familie, deine Investments zu leben und zu tätigen. Und da achten wir immer drauf, dass wir selber und unsere Klienten immer irgendwo eine Backup-Lösung haben, falls es mal irgendwo an einer Stelle brennt, falls mal irgendwo was kaputt geht, falls mal irgendwo was nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich habe deswegen selber auch mehrere Ansässigkeiten. Ich hatte lange Zeit mehrere Staatsbürgerschaften, weil ich gebürtig Deutschamerikaner bin. Die amerikanische Staatsbürgerschaft habe ich zwischenzeitlich ausgegeben. Deswegen ist bei mir zum Beispiel die deutsche Staatsbürgerschaft so einer der wenigen Punkte, wo ich nur eines habe. Aber bei den meisten anderen Dingen habe ich mehrere, sodass ich, wenn ich beispielsweise mal eine Ansässigkeit verlieren sollte, jederzeit nahtlos weitermachen kann. Das gilt übrigens unabhängig von den wirtschaftlichen, von den juristischen Themen, zum Beispiel auch für die IT-Sicherheit, für die Betriebsprozesse. Bei uns ist mittlerweile alles so weit abgesichert, dass selbst wenn jetzt mal einzelne IT-Systeme ausfallen, falls mal irgendwo Computer geklaut werden, kaputt gehen, möglicherweise im Rahmen von Durchsuchungen sichergestellt werden, dass wir dann trotzdem weiterarbeiten können, dass wir Backup-Pläne haben für unsere Passwörter und so weiter und so fort. Und das ist gerade im internationalen Sektor sehr, sehr wichtig, dass du da in der Lage bist, dein Business quasi unabhängig von dem Schutz eines einzelnen Staates weiter zu betreiben, denn den hast du nicht mehr. Du hast nicht mehr den Schutz eines einzelnen Staates, sondern du bist jetzt plötzlich internationaler Unternehmer. Und dementsprechend empfehlen wir auch immer da tatsächlich als internationaler Unternehmer auch aufzutreten, weil das, und das sage ich jetzt als Wort zum Schluss, macht den ganz großen Unterschied auch in der Außenwahrnehmung. Wenn ich sehe, jemand arbeitet als digitaler Nomade, als Einzelkämpfer, als Einzelunternehmer, dann denke ich mir immer auch, der ist im Prinzip eine Nussschale auf hoher See. Das kann ja jederzeit schief gehen, wenn der mal irgendwo an der Grenze aufgehalten wird. Falls mal jemand irgendwo seinen Laptop im Flieger liegen lässt, falls mal irgendwas kaputt geht, falls er mal irgendwo beim Zoll aufgehalten wird, alles schon da gewesen, dann kann er möglicherweise nicht sicherstellen, dass er seine Leistung erbringt. Deswegen möchte ich da immer sehen, dass es in irgendeiner Art und Weise Pläne gibt, Prozesse gibt, wie sichergestellt werden kann, dass bei Geschäftsproblemen jemand trotzdem seine Leistung erbringen kann. Ja, ich hoffe, damit konnte ich bei dir wieder für Klarheit sorgen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm ein Like, folge unserem Kanal, klick auf den Subscribe-Button, freue dich auf viele spannende Videos. Und wenn du selber in der Situation bist, dass du international tätiger Unternehmer sein möchtest, werden möchtest, bereits schon bist, aber dich weiter optimieren willst, deine Steuern optimieren willst, dein Vermögen schätzen willst, dann komm zu uns, geh auf www.experts.global-termin, buch dir deinen Termin für deine kostenlose Ersteinschätzung und gemeinsam mit meinem Team finden wir dann im persönlichen Gespräch mit dir heraus, was das Beste für dich ist. Ich freue mich auf dich, dein Tim Greenerwald.